Grüß Gott und Hallo, mein Name ist Mario Tomasek und ich bin selbstständiger Plastrameister in Österreich und auch als allgemein beideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für die österreichische Justiz tätig. Im Rahmen unseres Unternehmens Plastrameister, Plastrameister.com haben wir auch einige Subbrands sozusagen. Einerseits haben wir Skills Trainings für unsere Seminare, wir haben die Plastrameister Fugmörtelprodukte unter Fugmörtel.at und natürlich unsere Spezialwerkzeuge unter der Marke Paving Tools. Und in dem heutigen Video möchte ich euch ein bisschen durch unser Handwerkzeug Sortiment durchführen und so ein paar Tipps und Tricks aus der Praxis mitgeben für die Verwendung unserer Werkzeuge, vielleicht auch wie es zu dem einen oder anderen Werkzeug gekommen ist und was der Qualitätsgedanke dahinter ist. Ein bisschen in der Geschichte zurück vor 25, 30 Jahren, wie ich begonnen habe, mich auf Pflasterbau zu spezialisieren, war es absolut schwierig, sozusagen draußen am freien Markt richtige Werkzeuge für den Pflasterbau zu bekommen. Wir haben uns mit Maurerhämmern, mit ganz normalen Stahlfäusteln und mit irgendwelchen anderen Werkzeugen versucht durchzukämpfen und sozusagen das hat mich nicht besonders motiviert und war sozusagen ich auch davon getrieben, relativ rasch auch in die Werkzeugschiene einzusteigen und mir zu überlegen, welche Werkzeuge brauchen wir im Pflasterbau und wie kann man die auch in entsprechender Qualität erzeugen. Und so sind gleich einmal die ersten Pflasterhämmer entstanden, denn wie ich damals in das Pflasterbusiness gekommen bin, habe ich meinen damaligen Pflastermeister gefragt, wo habt ihr denn hier die Pflasterhämmer her, wie sind denn die gemacht worden und er hat sinngemäß wortwörtlich damals zu mir gesagt, wenn uns ein Gräder an Zehnt angerissen hat, dann hauen wir den genommen und dann hauen wir draus gemacht. Also die hochdeutsche Variante, wenn es einem Gräder oder so einen großen Reißzahn ausgerissen hat, das war dann meistens so ein Teil, dann haben die Arbeiter den genommen, zum Schmied gebracht und haben den umschmieden lassen auf einem Pflasterhammer. Das waren natürlich solche Kaliber. Naja, zu der Zeit, wie ich damals in den Pflasterbau gekommen bin, wenn ich so einen Pflasterhammer genommen hätte, dann wäre ich schlichtweg damit einfach umgefallen. Und dann habe ich sozusagen die ersten unter Anführungszeichen Pflasterhemm in die Hand bekommen, da habe ich mir gedacht, die Eiern, die liegen nicht gut in der Hand, der Stiel ist zu groß, zu kurz, der Kopf zu schwer. Und dann habe ich relativ rasch begonnen, sozusagen eigene Hammerformen zu designen und das ist mittlerweile mein absoluter Lieblingshammer, der normale Kleinpflasterhammer. Und er ist insofern mein Lieblingshammer, weil wir den so designt haben, dass er absolut genial und geführig in der Hand liegt, sozusagen. Er hat einen längeren Stiel. Der Stiel ist so geformt, dass der hinten schön da in der Handfläche drinnen liegt und dass er leicht zwischen Daumen und Zeigefinger gedreht werden kann. Der Kleinpflasterhammer ist so ausgelegt, dass Stilllänge und Hammergewicht perfekt aufeinander abgestimmt sind und wenn du jetzt einen 8-10er, einen KPS-2 pflasterst, dass auch die Energie beim Aufschlagen schön durch den Stein durchzieht. Dazu haben wir die kleine Schwester. Und die kleine Schwester ist überhaupt nicht zu unterschätzen, das ist unser Mosaikhammer, den du perfekt verwenden kannst für alle Arten von feinen Kleinsteinarbeiten. Er ist durchaus auch elegant zu verwenden beim KPS-1, beim 6-8er, weil der Stiel trotzdem entsprechende Länge hat, dass der Hammerkopf ausreichend zieht, aber einfach das Hammerkopfgewicht geringer ist, weil er kleiner ist. Er ist auch perfekt geeignet für Mosaikpflastersteine oder wenn du beispielsweise mit Steckkieselpflasterst, kannst du auch diesen kleinen Mosaikhammer verwenden. Der nächst größere im Bunde, der Pflasterer Hammer, ist dieser 30-30er Querschnitt und das ist schon so ein bisschen ein schwereres Kaliber, wo ich sage, wir sind so bei 1,5 Kilo in der Richtung unterwegs. Perfekt geeignet, wenn du jetzt beim Kleinpflaster zum Beispiel einen KPS-3 pflastern möchtest, einen 11-11er oder beispielsweise den GPS-5, diese Spaltköpfe als Mähkantensteine setzen, dann ist es absolut die richtige Wahl, diese Hammergröße zu wählen. Jetzt ist es natürlich im Pflasterbauch so und die Pflasterprofis wissen das, wir haben natürlich auch Großpflastersteine zum setzen und dass du einen Großpflasterstein entsprechend setzen kannst, brauchst du natürlich auch einen Großpflasterhammer und das ist jetzt absolut das Schwergewicht in der Reihe der Pflasterhemmer. Wir haben hier bereits einen 40-40er Querschnitt, der Hammer hat auch circa über 2,5 Kilo roundabout und ist es notwendig, dass gerade bei einer Steinhöhe von 18 cm durch das Aufschlagen auch die Verdichtungsenergie durch den Stein durchmarschiert, dass der durchzieht und die Beton auch entsprechend verdichtet wird. Das ist der Großpflasterhammer. Natürlich haben wir im Pflasterbereich auch immer wieder die Situation, dass Steine zu bearbeiten sind, zu spalten sind und wir reden hier im Wesentlichen vom handwerklichen, fachmännischen Anpassen der Steine und das ist für mich immer noch die manuelle Steinbearbeitung. Und wenn ich in der Geschichte jetzt wieder 25, 30 Jahre zurückgehe, ich kann mich noch genau erinnern, wie schwierig das oft war, wenn wir Dreieckerl gebraucht haben, wenn wir schmale Steine gebraucht haben, die richtig zu spalten und daher bin ich froh, dass wir jetzt seit einigen Jahren Hartmetallwerkzeuge anbieten können, und das gängigste Werkzeug zum Spalten von Hartgestein, von Granit, aber auch von Parfüm und Kneis ist mit Sicherheit das Sprengreisen. Und wir haben die Sprengreisenformen speziell für die Bedürfnisse im Pflasterbau adaptiert. Denn was mir immer wichtig ist sozusagen, dass die Werkzeuge, die du von uns bekommst, was du übrigens im Webshop auf pavingtools.at findest, dass die auch so sind, dass sie lange funktionieren und dass du sehr, sehr effizient damit arbeiten kannst. In den Videos, wo ich über Steinbearbeitung rede, zeige ich auch immer wieder her, wie gut unsere Werkzeuge funktionieren. Wie gesagt, das Sprengreisen ist sozusagen die Universalvariante für das Steinespalten, egal ob Kleinstein, Großstein oder auch zum Bearbeiten von Leistensteinen. Das Sprengreisen haben wir in zwei Größen. Wenn du zum Beispiel viel mit Kneisplatten arbeitest, egal ob das jetzt Steinzerhortkneis ist, ob das Luzernerkneis oder irgendein anderer Kneis ist, wo du polygonale Formate bearbeiten musst oder mit Mauersteinen arbeitest und du ein schlankeres, aber trotzdem sehr stabiles Spaltwerkzeug haben möchtest, weil es einfach geführiger ist, weil es einfach besser geführt werden kann, dann bist du mit dem 40 mm Sprengreisen sehr, sehr gut beraten und ist das ein Werkzeug, was ich sehr, sehr gerne hernehme beim Zurichten, beim Bearbeiten von Kneispolygonalplatten. Jetzt ist es natürlich so, dass jeder individuelle Bedürfnisse hat und das Sprengreisen wird leicht schräg aufgesetzt. Das kommt manchen ein bisschen komisch vor und wir haben natürlich auch eine Variante, wo du das Spaltwerkzeug loadrecht aufsetzen kannst. Das sind unsere Spalteisen. Die Spalteisen haben eine im Zentrum des Werkzeuges angeordnete Videoklinge drin, die ist sehr, sehr robust und kannst du mit dem Spalteisen auch natürlich Hartgestein spalten. Die Spalteisen haben wir in zwei unterschiedlichen Längen lagernd, nämlich in 60 und in 80 mm und ist einfach deinen individuellen Bedürfnissen auch entsprechend so, dass du wählen kannst, ob das Spalteisen oder das Sprengreisen für dich die richtige Wahl ist. Jetzt kommt noch ein ganz spezielles Werkzeug dazu, ein Hartmetall-Werkzeug. Dieses Werkzeug, dieses Schariaisen-Glockenform bitte niemals zum Spalten von Steinen verwenden. Wenn du dieses Werkzeug loadrecht aufsetzt, auf ein Hartgestein, auf ein Kleinpfloster oder Großpfloster und da wirklich intensiv drauf gehst, dann ist das Werkzeug kaputt. Die Klinge ist hier sehr zart, das Werkzeug ist auch sehr, sehr flach gebaut und ist dafür konzipiert, wenn du beispielsweise bei Sandstein, bei Kneis irgendwelche Buckele auf der Oberfläche hast, dass du die liegend in der Schichtung abarbeitest. Für das ist das Schariaisen gedacht und für das funktioniert es auch sehr gut, dass wir oberflächliche Bearbeitungen hier vornehmen. Jetzt bleibe ich gleich so in dem Themenbereich der oberflächlichen Steinbearbeitung drinnen und haben wir hier auch unsere kleinen Hartmetall-Werkzeuge, Schlageisen mit einer linienförmigen Klinge, dann in einer Art Bleistift-Ausführung auch mit so einer linienförmig angeschliffenen, wie der Einsatzklinge und das gleiche auch dann noch in einer Spitzenform. Und diese Schlageisen eignen sich sehr, sehr gut, wenn du zum Beispiel im Trockensteinmauerbau unterwegs bist und es geht dir darum, dass du sehr enge Lagerfugen produzieren möchtest und es müssen immer wieder sozusagen auf den sich berührenden Steinflächen punktuell überschüssiges Material oder hervorstehende Stabbuckel oder Grätzen weggenommen werden, dann sind das absolut die richtigen Werkzeuge für diesen Anwendungsfall. Jetzt kann es natürlich auch sein, gerade wenn wir jetzt beim Bau von Trockensteinmauern und Steinmauern waren, dass hin und wieder einmal auch ein größerer Stein zu spalten ist, ein großer Block zu zerlegen ist und bieten wir natürlich auch diese Federkeile an oder Treibkeilgarnituren. Und das funktioniert so, dass du in den Stein, den du spalten willst, sozusagen mehrere Löcher entlang einer potenziellen Bruchlinie bohrst, so in einem Abstand zwischen 15 und 25 cm und dann werden in diese Bohrlöcher diese Federn eingesetzt. Ich simuliere das jetzt einmal mit der Hand, da habe ich sozusagen das Bohrloch und dann kommt dieser Keil hinein, der wird dann hineingetrieben und es wird immer mehr Druck seitlich auf den Stein aufgebaut und in dieser Spaltlinie müssen auch dann mehrere Federkeile platziert werden und die werden konstant immer wieder nachgeschlagen, bis sie sehr sehr hoch singen und irgendwann ist so viel Spannung in dem Stein drinnen, dass er entlang dieser festgelegten Linie auch entsprechend bricht. Natürlich brauchen wir, wenn wir über Spaltwerkzeuge reden, auch die entsprechenden Hämmer dazu und sozusagen auch das mit den Hämmern ist eine ganz spezielle Geschichte, weil du bekommst natürlich Standard-Hämmer, Standard-Fäustl, wie wir das nennen, natürlich auch beim Baumarkt und ist das in den meisten Fällen senngeschmiedete Ware. Also das heißt nicht, dass es schlecht ist, aber das sind so gepresste Hämmer und ich bin einfach absoluter Fan von Handarbeit. Ich liebe es, wenn sozusagen die Schmiedewerkzeuge die Charakteristik des Schmiedens wieder abbilden und wenn man das sieht, sozusagen das handwerkliche Geschick, was da drinnen steht, denn auch im Pflasterbau sind wir Handwerker und wir brauchen diese roughe Struktur ein bisschen. Und deswegen verwenden wir hier ausschließlich handgeschmiedete Fäustl in unterschiedlichen Größen, 1.000 Gramm, 1.500 Gramm und natürlich auch für die großen Jungs die 2.000 Gramm Variante. Und der Hauptgrund, warum wir euch im Webshop unter pavingtools.at diese handgeschmiedeten Hämmer anbieten, ist das, weil die einfach weicher sind, sie sind auch geschmeidiger sozusagen in der Anwendung auf den Spaltwerkzeugen und du bringst wesentlich besser die Energie durch das jeweilige Spaltwerkzeug, auch durch dein Aufschlagen. So, jetzt haben wir noch eine ganz spezielle Hammerform und da werden immer wieder gefragt, naja, was ist mit dem Hammer passiert, der ist verbogen. Ja, das stimmt, das ist ein gebogener Fäustl, das ist eine Fäustl mit Schweifform. Und manche mögen diesen Hammer, weil sozusagen diese, wie soll ich das sagen, diese radiale Hammerführung dazu führt, dass wir mit dem Hammerkopf oftmals vielleicht nicht ganz parallel auf die Auftreffläche des jeweiligen Spaltwerkzeuges ankommen. Und dann gibt es immer wieder Kunden von uns, die sagen, boah, dieser gebogene Hammer ist ein absolut cooles Werkzeug, weil sozusagen wir immer parallel hier auf die Oberfläche des Werkzeugs auch auftreffen können. Also auch eine ganz, ganz gute Wahl. Wenn es jetzt um das Thema Arbeitsschutz geht, persönliche Schutzausrüstung, haben wir natürlich auch extrem coole Handschuhe und ich liebe diese Handschuhe. In allen meinen Videos werdet ihr sehen, dass ich immer auf die eine oder andere Weise mit Handschuhen arbeite und vor allem auch mit diesen Red Mamba, die wir für euch im Sortiment haben. Das coole an diesen Handschuhen ist, sie sind extrem widerstandsfähig. Meine Handschuhe werden immer wieder gewaschen, getrocknet und ich kann diese Handschuhe auch bei intensivem Einsatz über viele, viele Wochen nutzen. Scharniergelenkschoner unten oben oder einfache Variante. Ganz toll, wenn du immer wieder am Boden unten bist, auf den Knien gerne arbeitest, ist es wichtig, dass du deine Knie schonst und haben wir auch die entsprechenden Knieschoner für dich dazu. So, jetzt kommen wir so ein bisschen in den Spezialbereich rüber. Wenn du zum Beispiel Randeinfassungssteine setzt, wenn du Blockstufen setzt und all diese Dinge, dann brauchst du natürlich auch einen entsprechend schweren Hammer. Das sind unsere Simplex Hemmer in der 80mm Version. Also, der zieht schon gewaltig durch. Gerade beim Setzen von Randsteinen, von Bordsteinen, von Blockstufen ist das die richtige Wahl. So, die Gummi-Variante einmal zum Vorfüllen und dann die Superplex-Variante, wenn du wirklich die Kraft durch den Stein durchbringen willst, der zieht definitiv durch. Die kleineren Varianten haben wir dann natürlich auch, denn die 60mm-Variante, was perfekt ist zum Leistensteine setzen oder auch zum Pflastern und Setzen von größeren Plattenformaten, von dickeren Platten, haben wir natürlich auch in der 50mm-Variante, wenn es ein bisschen leichter sein soll. Und auch nicht zu verachten ist diese Alu-Guss-Kopf-Variante. Der ist wesentlich leichter. Das heißt, auch über den Tag verteilt gesehen, kannst du lange damit hantieren. Er setzt da schon einmal den Unterschied, wesentlich leichter zu führen, weil der Kopf natürlich leichter ist. Und trotzdem, aufgrund der Stilllänge, bringe ich genug Verdichtungsenergie durch das jeweilige Material durch, dass der auch sehr, sehr gut funktioniert. Das braucht jeder Pflasterer. Ein handgemachtes Pflasterstockerl oder ein Pflastererhocker, so wie wir das nennen. Sozusagen das hat viele Jahre gedauert, bis ich hier wirklich einen Profi gefunden habe, der für uns diese Pflasterhocker produziert. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Jedes dieser Stockerl ist handgemacht. Jedes dieser Stockerl ist ein Unikat. Die werden handgedreht aus hochwertigem Hartholz. Und wir haben diese Stockerl so konzipiert, dass da unten eine Rille drinnen ist. Dass immer wenn du mit der Hand unten reingreifst zum Umsetzen, dass du auch in der Rille greifen kannst. Dass ein guter Grip da ist. Wir haben natürlich auch eine leichte Vertiefung da drin, dass es angenehm zum Sitzen ist. Auch hier im Stiel, der ist so ausgeformt, dass du den Stiel gut noch greifen kannst. Und die Höhe ist so gewählt. Ich sage, dass es für die meisten sehr, sehr gut passt im normalen Pflasterkontext. Unten ist der Fuß, der Stiel wesentlich dicker ausgeprägt. Und auch gerade, damit du in der Bettung nicht zu rasch einsingst. Und stabil dich auch auf der Pflasterbettung in sitzender Position bewegen kannst. Jetzt noch einen kurzen Exkurs in den reigenden Spezial-Spalthemmer. Und da fange ich gleich einmal an mit dem großen Schröter. Das ist natürlich ein sehr mächtiges Spaltwerkzeug, das in den meisten Fällen so eingesetzt wird, dass du einen Stein hast, wo dieser Schröter gerade aufgesetzt wird. Und mit einem zweiten, mit einem Hammer wird dann oben draufgeschlagen. Der Vorteil vom Schröter ist, man hat sozusagen die Finger vom Geschehen weg. Man ist ja in geschützter, distanzierter Position. Mit dem Spreng-Eisen und mit dem Spalteisen ist man eher näher dran. Gerade wenn man mit mehr Energie, mit mehr Kraft wo einen Stein spalten muss oder möchte, dann ist der Schröter absolut die richtige Wahl. Und gerade beim Trockensteinmauerbau natürlich absolut perfekt. Meine Lieblingshemmer, die Bossierhemmer. Wie ihr in vielen Videos von mir schon gesehen habt, ich liebe diese Hämmer. Man braucht natürlich eine gewisse Übung und Praxis. Und vor allem die Ein-Kilo-Variante ist für mich sehr, sehr geführig. Du kannst den Hammer super toll führen. Wenn es einmal schnell gehen muss, Kanten wegschlagen, auch Steine linear durchschlagen, ist der Bossierhammer absolut die richtige Wahl. Und haben wir die Hämmerköpfe für uns auch speziell konfiguriert. Nämlich die sind bei uns leicht schräg. Und das hat viele, viele Vorteile. Weil du wesentlich präziser mit der Klinge sozusagen auftreffen kannst. Weniger Verschlag auf dem umliegenden Hammer Kopfmaterial hast. Und so auch der Hammer viel, viel langlebiger ist. Das haben wir natürlich auch in der 1,5 Kilo Variante. Wenn jemand sagt, okay, ich bin ein bisschen kräftiger und ich vertrage durchaus auch den größeren Hammer. Absolut perfekt. Und dann haben wir hier noch zwei Spezialhämmer. Nämlich einmal einen Bossierhammer mit quer gesetzter Klinge. Das heißt, die Klinge ist jetzt nicht links oder recht seitlich, sondern vorne quer gesetzt. Und ist perfekt, wenn wir sozusagen vor uns Material abarbeiten, insbesondere beim Mauerbau. Wenn ich jetzt einfach so etwas wegklopfen will, ist der Bossierhammer mit quer gesetzter Klinge ein absolut cooles Tool. Weil es kann ja sein, dass ich seitlich so nicht mehr hinkomme. Dann stehe ich einfach frontal zum Material und arbeite das von vorne sternseitig weg. Tolle Sache. Für diejenigen von euch, die sozusagen budgetbewusst unterwegs sind, bieten wir jetzt seit neuestem auch an den normalen Bossierhammer mit einer Videoklinge. Ist natürlich wesentlich günstiger. Ich nenne es jetzt einmal das Einsteigermodell. Gleiche Qualität wie der mit zwei Videoklingen. Aber aufgrund dessen, dass er nur eine Videoklinge hat, können wir ihn auch wesentlich günstiger anbieten. Und ist für dich natürlich auch das perfekte Einstiegsmodell in die Welt der Bossierhammer. Dass du ein Gefühl dafür bekommst, ob du damit gut arbeiten kannst. Und wirst sicher auch feststellen, dass es ein richtig cooles Tool ist. Ja, das war es schon sozusagen mit dem Kernsortiment von Paving Tools. Alle diese Werkzeuge findest du selbstverständlich bei uns im Webshop. Darüber hinaus haben wir natürlich auch jede Menge andere Spezialwerkzeuge wie Hochleistungsmischer von klein bis ganz groß. Wir bieten auch Schneid- und Trennsysteme an. Und auf Anfrage natürlich auch Dinge der Verdichtungstechnik. Stampfer, Rüttelplatten und Co. Diamantscheiben. Wobei ich eines dazu sagen muss. Das haben wir in den meisten Fällen nicht mehr lagern, weil da mittlerweile so viele Spezialthemen sind. Nur wenn du Fragen hast, wende dich einfach an uns und wir werden auch in diesem Bereich die richtige Lösung für dich haben. In diesem Sinne, ich bedanke mich recht herzlich, dass du auch bei dieser Werkzeugpräsentation dabei warst. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Viel Spaß. Das war's. 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 Vielen Dank.